Hey ho meine Lieben, was haben wir denn heute? Dienstag, gell? Dienstag, ja. Eine klitzekleine Gartenrunde. Manu wollte sich einfach das Elektro-Drama anschauen, ob ich das auch gut gemacht habe. Dann wollen wir Stativ mitnehmen. Ich hoffe, das vergesst man nachher nicht. Auf jeden Fall nicht. Weil wir noch ein Video für zu Hause geplant haben diese Woche. Ja. Und das andere ist draußen. Ich möchte hier heute auf die Schnelle noch die Steine wegbringen. Hier mit dem Schotter ein bisschen gerade ziehen, dass ich hier eine ziemlich ebene Fläche habe. Und das mache ich jetzt auch. Aber wieso, weshalb, warum? Leute, das erfahrt ihr dann erst im Samstagsgarten-Video. Genau. Ja. Und wir haben auch noch vor, einmal zu Hause ein Video zu machen und einmal im Garten. Im Garten. Ja. Kriegen wir alles fertig. Auf jeden Fall. Aber jetzt darf Manu die Kamera nehmen und darf mich beim Steine schleppen filmen. Dann gleich nachher. Genau. Nach meinem Donut. So. Mein Schatzi macht ganz fleißig die Ecke sauber. Ja, wir brauchen gerade Fläche. Ja. Oder fast gerade Fläche. Aber hey, da kommt schon ein bisschen was raus, so ein Steinchen. Damit lassen wir uns auch noch was schönes einfallen. Auf jeden Fall. Ja, Freunde, die Steine habe ich jetzt hier vorausgelagert. Und hier hinten auch mal Platz gemacht für eine Palette. So. Und was sie das mit der Palette auf sich hat. Da könnt ihr euch jetzt schon mal Gedanken machen. Ja, die steht schon halbwegs. Und wie gesagt, die Auflösung wird dann am Samstag, ja, am Samstag, am Samstag, am Samstag, am Samstag kommen. So. Aber jetzt noch kurz reinhocken, gemütlich ein Kaffee, Kaffeebecherchen schlürfen und ein Donut speisen. Dann zeige ich euch natürlich noch dieses Masaka. Tja, erst einmal Käffchen. Schmeckt immer aus dem Becher und ein Donut geil. Da wisst ihr, was das Geile ist an diesem Wandler vorne. Da kann man auch eine Kaffeemaschine anstecken. Oder so ein Expresso-Automat oder wie heißen sie, Senseo. Ja. Oder so einen, die wir schon daheim haben, in kleineren Format. Aber das kommt alles zu seiner Zeit. Richtig. Zuerst wird irgendwann einmal jetzt Sandy, ähm, Petromax, wie heißt der, der Exekutor? Ach nee, nicht Exekutor. Boah, Perkulator. Ach so. Der Perkulator mit rauskommen. Damit wir hier auch frischen Kaffee genießen können. Mh. Ja. Macht doch mal aus. Ja, dann wäre dieses mega kurze Video auch schon wieder zu Ende. Ein klitzeklein bisschen geschafft. Bisschen geschafft, ja. Mehr wollte ich heute gar nicht. Ähm, dann haben wir da drüben ein bisschen, äh, nachgedacht. Und, ja, äh, wir sehen uns dann im nächsten Video. Genau. Ein leckeres Essvideo von zu Hause mal wieder. Nee. Doch. Nicht von zu Hause. Hä? Ja. Doch, von zu Hause. Weil das Video hier, das machen wir ja erst am Wochenende. Und das andere machen wir ja vorher. Ach so. Ja, 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 ja. Okay, Leute. In dem Sinne. Ciao, Ikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020